Musik Wir sind auch als Glück stehen. Hallo, wir sind geholfen. Und wenn man so die Definitionen von Glück anschaut, dann sehen wir, dass meistens Definitionen sollen, wie wir unter Ihnen von Duden übernommen haben. Das heisst, Glück überstehen werden aus zwei Komponenten. Man hat eben eher das Zufälliges, also das Zufallsglück. Und dann haben wir das, was in verschiedenen Art und Weisen beschrieben wird. Aber das ist sicher eher das, was mit Langfristigkeit, mit Lebensqualität und mit Wohlbefinden zu tun hat. Und das ist natürlich auch das, was uns jetzt in dieser Ausstellung ein bisschen mehr interessiert. Klar ist es auch schön, wenn man Glücksmoment im Sinne der Kurzfristigkeit hat. Also eben, wenn ich jetzt für den Markt einen 10 oder 100 Millionen gefunden habe, hätte ich nicht gegeben. Aber schlussendlich ist natürlich das Wohlbefinden an das Langfristigkeit. Also der Grund, warum wir den Englischen Titel genommen haben, ist das, was wir von Anfang an gesagt haben, und man möchte eine Ausstellung haben, die nicht nur in der Deutschschweiz unterwegs ist und nicht nur in der Deutschschweiz unterwegs ist und nicht nur in der Weltschweiz unterwegs ist, sondern in der Weltschweiz. Das war bei mir ein bisschen weltweit der Fall. Und das war wie eine Entscheidung vom Helden des Management Board, dass es etwas muss sein, das auch in der Weltschweiz und vielleicht auch aggressiv unterwegs sein kann. Und dann fährt natürlich die Auseinandersetzung mit den Titeln extrem an. Und jetzt, wenn ihr gerade das Wort Glück nehmt, dann merkt ihr auch, dass Glück auf Deutsch gar nicht eins zu eins übersetzt werden kann auf Englisch, Französisch und Italienisch. Weil auf Deutsch haben wir Glück und das ist wirklich eher kurzfristiger, während auf Englisch, Französisch und Italienisch haben sie dezidiert zwei Worte. Also auf der einen Seite zum Beispiel Happiness und Luck. Und das Griechen und Französisch. Dort nehmen sie es auseinander und im Deutschen nehmen sie es weniger auseinander. Und das ist natürlich dann ein Problem. Also nicht ein Problem, aber eine Herausforderung, wenn du in der Ausstellung in verschiedenen Sprachen hast und die Worte natürlich nie eins zu eins als Konzept übersetzt werden. Und es hat andere Konnotationen an dem Beispiel. Und würdet ihr jetzt in diesem Fall Happiness und so wie das Ausstellung ich habe gehört, eher als Wohlbefinden, nicht als Glück. Wenn man jetzt ein anderes deutsches Wort quasi als Synonym würde ich brauchen, dann wäre es eher, so wie ich gar nicht verstanden, Wohlbefinden. Das ist richtig. Also Wohlbefinden Lebensqualität. Und es ist auch so, dass wir weiter am Erhellen das recht auseinandergesetzt haben. Also das heisst, ich hatte an Kollegen und Kolleginnen, die haben wir wirklich gesagt haben, also wieso machen wir eine Ausstellung zu Glück? Wir haben doch nichts mit Glück zu tun, denn wir müssen eine Ausstellung machen, die heisst, dass Wohlbefinden ist. Und wer lügt die Bestellung? Und dann seht ihr dann auch, dass ihr gemerkt habt, dass Pavillons auch so gestartet sind. Also wir haben zuerst einen visuellen Auftakt, dann haben wir einen Pavillon, wo es so ein wenig um Wissenschaft geht und dann haben wir einen zum persönlichen Glück, zum gemeinschaftlichen Glück, zum globalen Glück und dann im Abschluss mit einer Fotostation. Vielen Dank. Vielen Dank.